Ich hatte das Schild irgendwo von der Axt aber auch komplett zerfickt. Ich muss sagen, allgemein sind die Spawns ein bisschen random. Ja. Das war erstmal ganz oben in dem fucking Turm und konnte nicht runterlaufen. Lebst du noch? Ja. Aber pass auf, von links kommen auch noch gleich welche. Oh, ja, oh mein, ah, er hat gewisst, er hat gewisst. Pass auf. Ach, natürlich kann er mit seinem großen Schwert doppelt so schnell schlagen wie ich. Ja, nice, nice. Warte mal, wen kann ich treten, wen kann ich treten? Ey, lass mal kurz deine Visage checken. Lappen. Ist das nicht die gleiche? Ich habe probiert, es ähnlich zu machen. Ah, Jan, ich beschütze dich. Ja, warte, ich muss eben mein Stück Pizza essen. Ah, Pizza geordert oder warm gemacht? Nee, warm gemacht. Brin. Ja? Stehen bleiben. Ja, du bist genauso unkant wie ich. War trotzdem overpriced. Ey, passt auf, dass ihr hier nicht reinfallt. Ja, guck mal. Pass auf. Das war nämlich richtig geil geschadet. Grin! Ah! Stellt wirklich sicher, dass ihr drin seid. Ah! Ah! Das ist die Kammer! Nein! Hilfe, bitte, reicht's? Ah, nevermind. Er ist bad. Oh. Ah! Ja. Ukrainian dick, johan. Prinz. Ah, Leute, das ist ein teammate. Ich probiere immer, um die Leute abzuschießen, die ist am meisten triggert. Also, am besten Keyboard. Ah! 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 Äh! Ahah! Ah 2. Ah!